so willkommen zurück mal wieder folge 12 wenn mich nicht alles täuscht wir haben gerade dieses schöne schiff mit dem riesen wall wo kristalliten herauskamen gekillt request from asia was wir noch nicht erfüllen können glaube ich wir haben nicht genügend gather laser um das zu erfüllen scanfaktivity das ist ein new research project cellar's nexus available for construction ah stimmt da kann ich kann ich vier exklusaliten mit steuern helirium plasma pistol light plasma chrysalit autopsie ich wollte ganz autopsien durchmachen die speizidische abhären das ist gerne es ist es hat eine menschliche komposition das ist halbentag mit dem weg ist es für konzern fällt mir ein baracken hier soll schilder holmes könnte ich vielleicht auch mal in den modifikation verpassen das wird glaube ich ganz cool und das aber das hier wird glaube ich ganz cool können wir nicht leisten können wir nur das leisten ich frau euch zwei mehr ich denke ich will ihm eigentlich fast das hier geben adaptive bone marrow um mehr hp zu geben für diese hp generation generell zu geben ist glaube ich ganz cool auf jeden fall das was sie das land wir beginnen krepp in der kandidaten versagen erneutig erneutig mit gemächtigen fachsäßig kompletten sie kommen die in dadurch kommt nicht Nein, jetzt gerade in der Zeit Europa ist ziemlich safe Argentinien Nigeria, ich weiß nicht, ob es bei Afrika ist, wie sieht es bei Afrika gerade aus? Südamerika ist 50 und 130 Ich denke, ich werde Afrika schützen müssen an der Stelle Na, Afrika, glaube ich, können wir auch Cola Glaube ich, das Wichtigere Ja, konfirm Jetzt wird es natürlich lustig Okay, du irgendwas triffst, würde ich mal sagen Customers Stock 2, Added Unit No doubt Axt-Shop brauche ich jetzt nicht, denke ich Nein Customers Puh, wenn ich hier noch mit Bin hier so wahnsinnig begeistert von den Ganzen Bräuchte eigentlich einen Sniper, aber der ist momentan noch ziemlich nutzlos auf dem, wo er jetzt ist Daher wahrscheinlich lieber einen Assault Tja, da habe ich aber auch keinen Assault mit einer richtig guten Waffe Tja, da habe ich aber auch keinen Assault mit einer richtig guten Waffe Arcthros, bei dem Aim auf jeden Fall eine Variante mitzunehmen Tja, das wird wohl eine schwierige Variante jetzt, glaube ich mal Tja, das wird wohl eine schwierige Variante jetzt, glaube ich mal Ich hoffe mal, ich kriege nicht zu viele Gegner und keine Chrysaliden vor allen Dingen Die werden jetzt mein Untergang, glaube ich Viel zu wenig Damage dafür, für Chrysaliden Ich brauche, ich muss mir eine bessere Waffe kaufen auf jeden Fall Muss ich ja meld, muss ich komplett Meld werde ich wohl komplett links liegen lassen, ich muss einfach nur ganz safe da durchgehen jetzt Meld habe ich erstmal genug, denke ich Die sind ja alle blau oder lila sind Willst du auf Chris Repo-Man? Central, das ist Big Sky Striketeam ist jetzt nach unten Standing by for your orders Roger, Big Sky Reden Sie 5x5 Strik1 hat die grüne Licht für Deployment Tja, da ist sogar schon ein Meld Ich will auf jeden Fall, den haben sie überarbeitet Der war tatsächlich gerade in Sprenggrund Der war früher nicht so, bin ich mir ziemlich sicher Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nicht einfach gerade darauf zurenne will Auf den Weg Das ist was wir suchen Auf meine Weg Dieser Fox Auf meine Weg Die Lena Neumann Unsere Deutsche Also ihr seht schon, ich konnte es nicht ganz einheitlich nehmen, bloß die, die ich benannt habe Liegt aber auch so ein bisschen darin, dass ich immer nur Frauen kriege Und ich leider nicht so viele Frauen habe, wo ich die Spitzen damit einfach benutzen könnte Genau, einen mit Holo-Touch-Ding ist dabei, das ist das Reaper-Man Alle anderen sind irgendwas anderes, haben irgendwelche anderen Boni Schau! 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 nicht verraten müssen wir schon da sind wir schießen natürlich klar einmal vorbei das ist schön zwei weitere noch incoming noch mal vorbei noch einer was ist das für ein Reaction Shot ach der hat auch noch ein Reaction Shot ok der fliegt hoch und kommt irgendwann wieder runter hinter mir tendenziell ekelhaft kann ich glaube ich einfach hingehen und eine überziehen müsste hoffentlich reichen ich weiß nicht aus den Augen verlieren einfach nicht vor der menschle ich mache dann ja weg ne 65% kommt Lydia jawoll einmal 6 Schaden hier Perfekto Perfekto das trabe ich nicht mit 40% Wahrscheinlichkeit werde ich es gar nicht versuchen oh da kommt noch mehr da wird kein Reaction Shot ausgelöst ist immer interessant aber da schon da steht wieder sonst wo hin Verflucht Ziel verfehlt Flutter Deceased ich hoffe dass ich da sicher stehe nein stehe ich nicht ganz und gar nicht Nooo da drüben auch noch welche die ich jetzt gesehen habe Nooo jetzt habe ich es mit 4 gleichzeitig zu tun und mein Reaction Shot für nächste Runde ist schon weg Shit Die sind noch nicht in Sicht aber sie könnte bald in Sicht kommen その Tag Modell dann hat er eben auch Overwatch ich sehe es mit der Overwatch vorne das Übergabe geht wieder mal mit dem zweiten Overwatch auch nie besser ich brauche auf jeden Fall explodierte Waffen Und der kommt wieder irgendwo hinter mir runter, shit ey. Wie, das seht nicht das Flanke? What the fuck? Dreh dich doch andersrum, dann wär's ne Flanke, meine Fresse. Oh shit, der war auf Overwatch. Es war zwei auf Overwatch. Oh shit. Au, 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 au. Ah, der ist auch noch auf Overwatch. Ah, ach, halt. Sehr gut. Oh shit. Oh shit. Das war ziemlich sehr smüllerisch. Nur um den 3 zu machen. So, kann ich hier hinten rein? Darf ich da hin schießen? Ja, ja, ja. Da hin, perfekt. Oh shit. Sehr gut. Zwei weg. Keine Lust mehr, dass ich da irgendwie, muss ich den aber noch töten. 62%. Sieht doch gut an, sehr gut. Die hat echt einen guten Aimwert, meine, die ich da als Support bekommen hab. Floater deceased. Der eine Floater hier oben ist noch auf Overwatch. Ne, nicht mehr auf Overwatch. Da kann man nicht mehr aufschieben. Au, 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 au. Oh, ne. Den, dann können die jetzt ganz schnell töten. Schuss die heilen. Entschluss die heilen. Entschluss den Down. Ah, ficken. Ne, selber hat sie keine. Wie ist das mit der Heilung? Schön, heilen. Wo sind sie da? Kann ich denn die auch in eine Rakete hinschießen? Das ist schön. Ah, das reicht nicht ganz. Zumindest einen kriegt er auf jeden Fall weg. Immune. Achso, der ist Immune gegen das. Okay. Sechs Prozent. Das ist mir nicht so wahnsinnig viel. Und du musst nachladen. Vielleicht würdest du dich lieber hier rüber bewegen. What? Ach, shit. Trotzdem sichtbar. Dann vielleicht doch lieber dahin. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, what? Nein. Fuck. Das ist nicht so. Was killed? Sergeant Brown. Das ist nicht so. Ah, das der da hinten noch ist, habe ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Fuck. Ich bin ja übelst in einer blöden Position. Der haut ab. Wurde auch nie. Der kommt mal wieder runter. Der spuckt bestimmt. Wenn ich so auf dem Haufen stehen habe. Die Leute. Vergiftete meine. Ne, er schieft und verfehlt. Was? Ich habe keine Deckung mehr. Ich weiß, dass da hinten noch mehr ist. Das ist mir durchaus bewusst. Okay. Keine Rakete mehr. Das ist schlecht. Ich muss hier mal mit dem zurückgehen. Dann ist aber der der Schlimmere. Okay. Ich bin gebrochen, weil das gucken könnte, wenn man es nicht vergiften kann. Das ist deutlich schrecklicher finde. Hinten ist noch einer. Den darf ich nicht vergessen. 35, ey. 55. Von mir denke ich mir mal da mit. Was ist denn mit Overwatch? Was ist jetzt wenn wir bewegen schon mal? Was macht der? Der schießt wahrscheinlich einfach nur. Ne, der bewegt sich auch. Und die schießt vorbei. Irgendwie irgendwo hinter mir runter. Ganz weit weg. Also zumindest finde ich ganz weit weg. So, da du sonst eh nix triffst. Granate. Es stirbt daran zwar nie, aber passt. Ist wieder da, wo ich schon mal war. Er sieht es aber nie. Hm. Wen habe ich jetzt hier? Die habe ich. 86%. Kann ich aber auch die Pistole nehmen. Ja. Die retten mir gerade echtes Leben. Mit ihr Treffergenauigkeit. Meine Güte. Und du ladest mal nach. Der geht auf Overwatch. Ist die Frage, gibt es hier noch mehr? Von der Sota. Cool, in Richtung des Haus gleich zusammen ich das Gefühl. Mal nachladen. Kann die auch auf Overwatch gehen einfach. Der geht mal hier gucken. Overwatch. Mal gucken, ob ich hier wahrscheinlich durchkomme am besten. Oh, der schießt sogar. Und der trifft sogar auf die Entfernung und in voller Deckung. Das ist gemein. Das zählt immer noch nicht als Flanke. Ihr verarscht mich doch, oder? Zum Tod. Sehr gut. Und wieder einen verloren. Diesmal warst du keinen benannten, aber trotzdem einen verloren. Na gut, ich sag mal für so eine schwere Mission, wo ich kein richtig gut ausgebildetes Team hab, ist ein Verlust, denk ich, verkraftbar. War bloß ein Squadie, von daher. Corporal. Lydia ist Corporal geworden. Sehr gut. Kriegst du auch Volotage-Dinge. Kriss Moose Reaper Man. Die Shredder Rocket oder Suppression Fire. Entweder trifft da einer nicht. Ich kann ihn dann sozusagen dafür versorgen, dass er nicht trifft. Schredder Raketen. Ne, ich nehm immer noch Raketen. Mehr Raketen. Mehr Raketen. Defenders Metal bekommen. Remember. We will be watching. Remember. Engineer Research with Gene Lab. Add Soldier. Chris Reaper Man könnte ich jetzt... Ich kann nur eins machen, immer. Oh. Das ist natürlich... gemein. Danke, Commander. Ich habe die Volontäre präppt und bereit für Surgery. Panik in Argentinien. Ist okay. Panik in Brasilien. Ist wohl auch okay. Situation Room. Launch Satellites. Argentinien werde ich mir wahrscheinlich so oder so holen. Ich vermute mal... Build by Items. Noch ein Satelliten bauen. Manufacturing mit Lose 70 inzwischen. Flippen mit Order. Da wollte ich noch ein zweiter machen. Und dann muss ich mal meine Hangar denken. Hier Shiplist. Ähm. Added Loadout. Laser Cannon. Confirm. Added Loadout. Hab ich hier noch ne Laser Cannon? Eine hab ich schon dran. Okay. Added Loadout. Überall die Laser Cannon. Die sind nämlich deutlich besser. Im Abschießen von Sachen. Seeker Autopsie. Was bringt mir das? Ghost Grenade. Mimetic. Mimetic Skin. Respirator. Huh. Respirator. Recon. 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 uto. Etat. Automatic Detect. Mercos. Ok. Also ich kann hier was entwickeln, was mir sozusagen gegen die Thinmen zb. hilfst. ich immer atmen kann. Und auch gegen die Seeker wahrscheinlich. Ghost-Granade, mhm. Okay, also die Ghost-Granade macht alle Leute in einem bestimmten Bereich unsichtbar, das ist auch mal sehr geil. Mit Metics gibt es wahrscheinlich etwas sehr ähnliches. Okay, also solange er sich oberhalb von Gegnern befindet und nicht vorher gesehen wurde, können die Gegner ihn nicht erkennen. Hm. Interessant. Beginnen. Based on what we've seen in the field so far, including several grotesque examples of trauma resulting from the emergence of its young, we've taken to calling this specimen a chrysalid. So, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge wieder. Dankeschön fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr habt Spaß weiterhin bei meinem Kanal. Bis bald. Und ich habe's gesch potato in diesem Bett. Hieroshing es überhaupt vorbei. Hier Others hab's sehr gut聞idigs et chly pear Ama. Vielen Dank.